Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fit und munter sein, wer will das nicht? Und doch haben ziemlich viele Leute Probleme mit den Linien, sind nicht mehr so beweglich oder leiden unter Stress. Zum Fit und Munter sein braucht es gar nicht so viel, wenn man es richtig macht und die drei Grundregeln beachtet. Erstens mehr bewegen, zweitens besser entspannen und drittens bewusster essen. Goethe möchte Ihnen dabei helfen, fit und munter zu bleiben oder vielleicht auch wieder zu werden. Und zwar mit dem hier, mit der Fit- und Munter-Broschüre, eine Sammelreihe für mehr Lebenslust. In dieser Broschüre haben Turnlehrer und Ernährungsfachleute eine ganze Reihe von interessanten Beiträgen für Sie zusammengestellt. Zum Beispiel eine ausführliche Ernährungslehre, verschiedene Entspannungsmöglichkeiten, psychologische Tricks zum Abnehmen. Sie finden ihr Idealgewicht heraus und Sie erfahren, wie lange Sie spazieren müssen, bis Sie Kalorien von einer Tafel Schokolade verbraucht haben. Natürlich enthalten die Broschüren auch Gymnastik-, Ausdauer- und Kraftübungen, die Ihnen Spass machen. Und auf was Sie müssen achten, damit Sie gut essen können, ohne Angst vor den Kalorien zu haben, zeigen Ihnen die feinen Rezeptvorschläge. Holen Sie also so schnell als möglich so eine Fit-und-Munter-Broschüre bei Coop, nehmen Sie den Weg als erste Fitnessübung gerade unter die eigenen Füsse und machen Sie mit am Fit-und-Munter-Wettbewerb, wo Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise gewinnen können. Auch bewusster Essen gehört zum Fit-und-Munter-Blieben. Coop bietet Ihnen darum jederzeit eine grosse Auswahl an Produkte an, die Sie in Ihrer Zielsetzung voll unterstützen. Das Coop-Vollkornbrot liefert die nötige Nahrungsfasern und das Roland-Knäckchenbrot wertvolle Vitamine. Der Hirzhüttenkäse in der neuen, körnigen Form ist ideal, um schlank zu bleiben. Für ein richtig fites Morgen ist Gerbergala unentbehrlich. Ebenso die lustige Midi-Legere-Konfi mit 50% weniger Kalorien. Es sei denn, Sie stärken sich lieber mit dem Biota Fit, einem Energiefrühstück, zum Trinken. Der nächste Beitrag kommt aus der Studioküche. Es ist ein ganz glattes Rezept. Heute möchte ich Ihnen gerne das Rezept für eine gelungene Käseweie zeigen. Zuerst wie immer den Teig auswallen, ein Weienblech damit auslegen und mit einer Gabel ein paar Mal einstechen. Für die Füllung Mehl und Milch miteinander verrühren, aufkochen lassen und dann zwei Rahmchen dazugeben. Diese verlaufen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskelnuss würzen und vom Herd nehmen. Drei Eier miteinander verquirlen, mit einem Becher Joghurt und den Reibkäse kreiert sich vermischen. Die beiden Massen gut miteinander verrühren und dann auf den Teigboden leeren. Mit Paprika bestreuen und dann die Weien 25 bis 35 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Die Käseweien können Sie zum Beispiel mit Blumenköhlen und frischem Salat servieren. Das Rezept steht ja in der Koop-Zeitung und morgen der ganze Tag im Teletext seit der 270. Einen guten. Auch wir wünschen Ihnen viel Spass und danke fürs Zuschauen. Gerade anschließend zeigen wir Ihnen noch Koop-Aktionsangebote, das Sie auch morgen wieder günstiger einkaufen können. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Bei Koop finden Sie diese schönen und praktischen Pfannen zu einmaligen Preisen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop ein paar Servela Wac verpackt statt 1,60 nur 1,30. Koop-Bohnen-Kaffee Jubilor 250 Gramm statt 4 Franken nur 3,50. 500 Gramm statt 87 nur 6,80. Koop-Kaffee Wac Jubilor 500 Gramm statt 8,10 nur 7,10. Ausländische Blüte oder Bienenhonig Flora Miel 500 Gramm statt 2,75 nur 2,25. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Brüsseler Chicorée ein Beutel an 500 Gramm nur 1,60. Und nur Freitag und Samstag ein Koop-Butterzopf 400 Gramm statt 2,80 nur 2,30. 650 Gramm statt 4,20 nur 3,40. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.